Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Super Meat Boy. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wieso wir hier in The Forest starten. Und das hat einen einfachen Grund. Ja, The Forest, boah, falsche Seite, boah. Und zwar, hier gibt es ein relativ interessantes Level, das ich jetzt freigespielt habe. Irgendwann, wie ich A Plus gemacht habe. Und das wollte ich euch mal nicht vorbeenthalten. Es ist irgendwie eine beschädigte Datei oder so. Man hat es freigespielt, indem man eine verpixelte oder eine irgendwie nicht richtig gerenderte Bandage Girl gerettet hat, sozusagen. So, ähm, und ich würde gerne jetzt mal dieses Level spielen probieren. Also diese Warp Zone, sozusagen. Und ich bin mir echt nicht sicher, wie das geht. Kann man da unten irgendwie stehen? Probier ich hier mal aus. Oh! Puh, puh, puh. Das war gerade ein komischer Laut, den ich da von mir gegeben habe. Da drauf kann man sch- Okay, kann man doch nicht. Gut zu wissen. Wir haben eh ein paar Versuche. Müssen wir halt von vorne anfangen. So. Wer das lesen kann, bitte in die Beschreibung, äh, in die Kommentare sch- In die Beschreibung, aber egal. In die Kommentare schreiben. Ich kann's nicht. So. Okay. Ähm, laut Logik müsste ich da einfach so rüberspringen. Mist. Und dann irgendwie da so waghalsige Stunts machen. Was allerdings irgendwie ein bisschen komisch ist. So. Aber ein Versuch ist es wert. Verdammt! Okay, genau so soll das gehen. Ähm, das werde ich jetzt noch ein bisschen probieren. Ich weiß nicht, was ich so bekomme hier, wenn ich diese Warpzone fertig mache. Oder Warpzone, ich weiß nicht. Diesen Dateifehler, keine Ahnung. Aber irgendwas Interessantes wird's wahrscheinlich sein. Ich tippe ja auf einen Charakter. Ich hoffe es zumindest. Und, ja, das würde ich gerne mal probieren. Level Minus 1 ist auch... Ist okay. So, immerhin komme ich da jetzt schon mal unbeschadet durch. Okay. Ist da oben irgendwas? Nein, okay. Da oben ist nichts. So. Verdammte Kacke! Mist! Das war ein Fehler, Leute. Das war ein richtiger Fehler. So. Okay. Noch ein Versuch. Das geht aber schon relativ gut. Mist! Okay, das ist wirklich so ein bisschen Glück auch dabei. Also, das muss man schon sagen. Also, dass es nicht nur können, sondern auch Glück. So. Wenn man da die Art hast, dass so eine Millisekunde... Und ja, ich sag schon wieder Millisekunde. Ist mir auch schon gerade wieder aufgefallen. Ähm, zu früh oder zu spät loslässt. Dann ist es nicht gut. Dann ist es gar nicht gut. Das ist nicht gut, meine Freunde. So. So, first tryouts. Oder auch nichts. Leute, mich kratzt irgendwie so ein bisschen im Hals. Ich weiß nicht, wieso. Und ich weiß nicht, wieso ich da gerade reingesprungen bin. Ist ja auch egal. Und ich glaube, ähm, dieses Spiel, also dieses Dings hier, hat auch... Oh! Hat auch wieder drei Level, die man machen muss. Und hat jeweils drei Leben. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so. Das mag ich nicht. Das ist... Mhm. Ihr versteht sicher, was ich meine. Und mir ist gerade aufgefallen, wenn ich da bin... Super Meat Boy ist weg. Super Meat Boy ist da. Super Meat Boy ist weg. Wupsi. Ich fall hier schon wieder so halb vom Sessel. Ich weiß nicht. Ich schau mal danach, ob ich meine Facecam so vielleicht ein bisschen kleiner mache. Mal schauen. Ich bin da noch einmal so ein bisschen am Überlegen. Noch ein bisschen so am Probieren. Oh Gott, nee. Da schaffe ich es gerade so noch. Da ist Super Meat Boy weg. Ja. Da schaffe ich es gerade so noch, dass ich da auf dem anderen Dings lande. Also auf dem gleichen Dings dann lande. Und dann sterbe ich beim nächsten. Verdammt. Also auch ein bisschen schwer, ne? Muss man schon dazu sagen. Mann, ey. Dieses Level treibt mich noch in den Wahnsinn. Jetzt ernsthaft. Ich sollte vielleicht The End oder The End oder wie man es nennen will, spielen. Allerdings, ich will dieses Level schaffen. Ich will wissen, was es dann gibt. Ich will wissen, was es dann gibt. Ach, komm schon. Ich hab die Stachel nicht berührt. Aber jetzt hat meine Webcam gewackelt. Wenn ich meinen Tisch schlage, wackelt meine Webcam. Ja. Ja. So. Hier runter. Okay. Jetzt bin ich wieder da. Oh Gott. Okay. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. N-Route 7 Stern kleiner 1 Rufzeichen 2 3. Okay. Habt ihr jetzt nicht gesehen? Die war da in der Ecke. So eine Steam-Errungenschaft. Ich hab keinen Plan, was das soll. Gibt's die vielleicht auch in jeder Welt? Ich bin mir nicht sicher. Allerdings, gehen wir mal in The End. Dr. Fetus tanzt irgendwie komisch. Okay. Tanz, tanz. Dr. Fetus. Bandage Curler. Bandage Curler. Okay. Die End hat nur 5 Level. Habe ich da irgendwas verpasst? The Pit. 30 Sekunden. Okay. Ich werde dieses Level mal einfach so durchspielen. Probieren. Ohne irgendwie. Zeitdruck oder so. Und dann kann ich ja noch alles mit Zeitdruck machen. Das ist ja gar nicht so das Problem. Aber mal schauen. Bis jetzt läuft es noch relativ gut. Okay. Ist auch das erste Level erst. Okay. Ich glaube da muss ich drüber. Ich probiere mal da so drüber zu gehen. Okay. Das bringt mir nichts, weil ich da nicht weiter kann. So. Okay. Ja, das Level war jetzt nicht gerade so schwierig. Allerdings in 30 Sekunden. Mal schauen. Eventuell ist das möglich. Verdammt. Okay, das kann ich schon vergessen, wenn ich mich in der Nase kratze. so ja, natürlich aber irgendwie das Level-Design gefällt mir so richtig gut ja, dann na, verkratz so, nochmal runter und jetzt geht's ernsthaft hier mal probieren hier A plus zu schaffen verdammt aber ich bin richtig stolz auf mich, dass ich dieses Level beim ersten Versuch geschafft hab okay, 30 Sekunden kann ich vergessen ich probier's trotzdem mal Okay, A+, 30 Sekunden habe ich doch nicht vergessen können. Ist gut. Gut, wir haben erstes Level geschafft. Okay, jetzt muss ich mal schauen. Hier gibt es sonst nichts, also ich muss da runter. Okay. Interessantes Level, muss ich schon sagen. Mist. Okay, ich will es jetzt irgendwie schnell schaffen, ich weiß nicht wieso. Ich will aber. Okay, und jetzt ist es dann wieder da hoch, oder was? Ist okay. Okay, da hat es keine Plattform gegeben. Das ist dann so ein bisschen nachteilhaft. Okay, da kann ich nicht runter. Ist schon mal gut zu wissen. Okay, ich will es jetzt irgendwie schnell schaffen. Okay, das geht sich nicht aus. Ist schon mal okay. Es war gerade irgendwie schlecht, muss ich schon sagen. Aber bis jetzt ist die End noch nicht so herausfordernd, wie ich mir gedacht habe, dass es ist. Muss ich schon sagen. Ich habe mir das irgendwie schwieriger vorgestellt. Okay. Ich muss, ich sollte mir vielleicht merken, wo die Plattformen sind. Das wäre vom Vorteil, muss ich schon sagen. Okay, das war bis jetzt schon mal gut. Das war jetzt schon mal schlecht bis jetzt. Aber okay, egal. Ich habe den Schlüssel immerhin schon mal. So. Nein! Mist! Okay, in wie vielen Sekunden muss ich das Level schaffen? Ich habe es nicht nachgeschaut am Anfang. Ich gehe mal kurz zurück zur Karte und schaue mal kurz. Äh, 44 Sekunden. Okay. Könnte relativ knapp werden. Könnte richtig, richtig knapp werden. Mist! Ich muss das wirklich so in einem Sprung runter schaffen dann. Okay. Okay, ne, das kann ich dann vergessen. Ähm, soll ich das Level vielleicht einfach so mal spielen? So mal schaffen und dann auf A plus gehen? Oder soll ich jetzt gleich A plus probieren? Ich probiere es einfach gleich mal ein bisschen, würde ich sagen. Mal schauen, vielleicht wird es was. Vielleicht wird es was, wie gesagt. So. Verdammt! Ich wäre durchgekommen da, dann wenn ich hier nicht so kacke runtergesprungen, also raufgesprungen wäre dann wieder. Aber okay, es ist schon relativ herausfordernd jetzt. Das muss ich dem Spiel jetzt schon lassen mal. Das erste Level von The End ging noch. Aber das ist schon relativ schwer, muss ich schon sagen. Geschafft. A plus direkt ist ja richtig genial. Und das sogar noch mit ein paar Sekündchen Vorsprung. Ich würde sagen, wir gehen zurück zur Karte. Das dritte Level seht ihr dann im nächsten Part. Ich bedanke mich mal fürs Anschauen. Ich mache den so ein bisschen kürzer jetzt. Allerdings seht ihr dann im nächsten Part hoffentlich 3 und 4 oder vielleicht sogar 5, wer weiß. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen, wie lange wir noch brauchen. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.